Dann hat jeder ein Faxgerät und dann schicken wir uns immer was zu. Ja, ich habe sogar so einen Fax im Web, mal so einen Dienst, 5 Euro reingeschmissen. Falls ich mal einen Fax schicken muss, dann kann ich da eine Mail hinschicken und dann wird das per Fax weitergeschickt. Wow. Und ich habe nur noch 3,50 Euro übrig seit 2007. Wow. Überleg mal, wie viele Zinsen du bekommen hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo. 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 Hi. Hallo. Hallo. Hallo, Echo. Ich glaube, es sind alle da. Hallo, Phil. Noch einmal. Hallo. Hallo, Mario. Hi. Hallo, Jan, damit ich nicht als Letztes... Ach komm, der lutscht sich jetzt langsam aus, der Witz. Aber grät sie mit deiner Hand. Hallo, Ben. Hallo. Hallo, Tim. Hallo. Komm, ich hatte nicht letztens nochmal eine Folge von uns gehört und genau da hast du auch diesen Witze gesagt. Das mache ich jetzt jedes Mal. Er hat halt nicht viele, die er nutzen kann. Nein, die schrauben. Das Witze-Board ist halt arg beschränkt. Ja, da blinkt's ganz wild. Oder Ed, ja, da blinkt's auf Twitter. Hat uns geschrieben. Und er sagt das. Verdammt. Ja, aber ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass das extrem gut zu dem Tweet passt. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was das soll. Die ersten 15 Minuten weiß man nicht, worum es geht und die Podcaste sind sich scheinbar auch nicht so einig. Dann hat er aber gesagt, Leute, ich liebe euch dafür. Ich würde sagen, das ist ein positiver Tweet. Da ist auch so ein lächelndes Smiley dahinter. Mindestens so wie Karatra. Mf, mf, erstickendes Röcheln. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder ein Diss ist. Und er kann auch nicht mal ständig. Nein, er stickendes Röcheln. Stimmt nicht. Das klingt jetzt so, als würde er Karatres nicht... nicht mögen. Er liebt uns mindestens so wie Karatres Lee Adama. Ah, jetzt verstehe ich's. Hätte er doch nur nicht diesen Sound gelöscht. Schade, dass ich diesen Sound gelöscht habe. Sonst könnte ich den jetzt einspielen. Das würde perfekt passen. Das wäre Fanservice. Oh Mann, vielleicht kann ich den ja aus einem alten Podcast rausschneiden und dann hier nochmal einspielen. Oder wir verlinken einfach eine alte Folge, wo der vorkommt. Alle. Ich nehme einfach irgendeine. Vor den letzten 30, da kommt er öfter vor. Na gut. Ja, dann vielen Dank für diesen Tweet. Und dass wir immer mal wieder Feedback bekommen ab und zu. Zuletzt ja auch per Mail. Hatte ich ja, glaube ich, vorgelesen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Also zumindest ich. Ich kann ja nicht für euch reden. Ja, ich mich auch. Feedback ist immer super. Das ist richtig. Gut. Dann können wir auch eigentlich, bevor wir wieder 15 Minuten über irgendwas reden und uns nicht einig sind, können wir über die Folge Systemblockade reden. Hm. Okay, allen ist es egal. Einer hat noch zweimal geklickt, um zu gucken, ob's stimmt. Ich hab überlegt, ob das ein Witz ist. Ich hab's nur auf Englisch gesehen. Ich find den deutschen Titel der Episode nicht. Systemblockade war die letzte Folge, über die wir geredet haben. Eben, weil ich sag, natürlich. Das ist doch Piano, Mann. Ich sag, was? Jan hat noch den Witz gemacht mit Billy Joel. Sagt man eigentlich Billy Joel oder Billy Joel? Joel. Ich sag Billy Joel. Kennen wir ja alle nicht, Ben. Wir sind über 40. Ja, was? Na, 30. Über 30 sind wir, glaube ich, alle. Aber sie soll ja sehr gut sein. Wer ist gut? Billy Eilich. Ah, Billy Eidel. Oh Gott. Ich glaub, damit haben wir unsere letzten Zuhörer unter 20 verloren. Okay, wir kommen zur Folge der Piano-Mann. Ihr habt es vielleicht schon erraten, als wir von Billy Joel gesprochen haben. Auf Englisch heißt die Folge Someone to Watch Over Me. Wurde am 27. Februar 2009 ausgestrahlt. Aber in Deutschland erst am 27. Oktober. Regie führte Michael Nankin und zum letzten Mal überhaupt in diesem Theater Bradley, Thompson und David Weddle beantwortlich fürs Drehbuch. Zum allerletzten Mal bei Battlestar Galactica. Ist jetzt die anderen Folgen gespoilert? Äh, was? Sind jetzt Spoiler? Ist es jetzt schon ein Spoiler, wenn man den Drehbuchautor verrät, oder? Wenn man sich das bei den anderen Folgen vorher durchliest? Okay. Ich werde keinen weiteren Kommentar dazu abgeben, aber wir steigen in die Folge ein. Achso, wir können vielleicht noch sagen, wie viele Überlebende wir noch haben. Hat das jemand gerade parat? 39.556. Sehr schön. Wer wollte die Zusammenfassung machen? Ben, du, oder? Aber ich habe doch schon die Überlebendenzahl gesagt. Nee, du hast gesagt, fick dich. Ja, 39.556. Danke, würdest du jetzt auch noch die Zusammenfassung machen? Nee, das kann ich machen. Also, nach der letzten Folge geht es der Galactica ja tatsächlich nicht mehr so gut. Das heißt, ja, sie stirbt, kann man so sagen. Sie versuchen sie jetzt natürlich mit allen Mitteln zu retten. Die Zylonen und die Menschen arbeiten zusammen, um die Galactica noch lange genug am Leben zu halten. Währenddessen freundet sich Kara mit dem ominösen Pianospieler in der Bar an und trainiert mit ihm das Pianospielen, das sie offensichtlich von ihrem Vater mal gelernt hat. Boomer versucht, den Chief zu bezirzen und ihn dazu zu bringen, ihr zu helfen, denn sie soll an die Rebellen Zylonen ausgeliefert werden. Die wollen sie nämlich vor Gericht stellen, sie wollen sie aburteilen, weil sie sich mit Keville verbündet hatte in der Rebellion. Und um dem zu entkommen, wendet sie sich eben an den Chief und nutzt ihn aus, um von der Galactica zu fliehen und auch gleichzeitig noch Hera zu entführen und mit zu Keville zu nehmen. Bei der Piano-Session stellt sich raus, dass dieses Lied, das wir am Anfang schon mal oder in einer der letzten Folgen gehört haben, dass die letzten fünf sozusagen erweckt und zusammengeführt hat, von Kara's Race jetzt genutzt wird, um es zu perfektionieren. Mit der Hilfe des ominösen Pianospielers in der Bar. Und ja, wie sich herausstellt, ist der Mann nur eine Illusion, denn das war ihr Vater, der schon lange tot ist. Und die Folge endet damit, dass Boomer mit einem Raptor von der Galactica flieht. Die Galactica versucht noch, diese Flucht zu verhindern und schließt den Pylonen an der Seite, aber sie springt einfach aus dem geschlossenen Pylonen und fetzt ein gutes Stück von der Galactica damit weg. Und sie ist nicht allein geflohen. Genau, sie hat Hera mitgenommen. Hat er schon gesagt. Habe ich doch gesagt. Da hast du ja gesagt, sie ist von der Galactica geflohen, der Pylone hat sich geschlossen. Achso, nein, sie hat den Chief ausgenutzt, um Hera zu entführen. Hatte ich davor gesagt. Ist egal. Auf jeden Fall hat sie sie mitgenommen. Genau. In einer Kiste. In einer Kiste, genau, die der Chief sogar noch getragen hat. Ja, und Hera hat ja auch mitkomponiert an dem Song. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Stimmt, sie hat genau, sie hat, äh, ihr, äh, sie hat Carrey ein Bild gegeben, auf dem ... Schöne Sterne. ... die Noten drauf. Nee, sie hat ihr ein gemaltes Bild von Sternen gegeben, die genau die Noten, den Noten entsprechen, die Carrey für das Lied genommen hat. Das ist alles so verrückt. Aber kommen wir mal zum Anfang. Vielen Dank, Ben. Ja, Anfang war so ein bisschen, und täglich grüßt das Murmeltier, nur ohne den Humor. Was meinst du damit? Na, es ging auch los, wenn ich mich recht erinnere, hier mit Starbuck, die im Prinzip ... Also, es ist natürlich nicht immer wieder derselbe Tag, aber, aber Routine halt, weil jeder Tag gleicht dem zuvor. Stimmt. Ja. Sie haben ja den Auftrag, eine neue Heimat zu finden, weil Erde war ja nicht die Heimat, die sie auftaben. Und dementsprechend gibt es jeden Morgen dasselbe Briefing, und Cara erzählt sich das dann so beim, keine Ahnung, unter der Dusche und so weiter, murmelt sie das immer. Also, sie spult ja wirklich jeden Morgen dieselbe Schoße ab. Die ist ganz schön mager. Das ist mir so nie aufgefallen. Aber da der Shot, wo sie unter der Dusche steht, da sieht die unglaublich dünn aus, finde ich. Und die Haare sind viel länger. Auf jeden Fall hat das schon gleich so einen Anschein, als wäre es eine Cara Thrace-Folge. Man macht ja dann manchmal so Folgen, einen Tag im Leben von sowieso oder so, so hat es den Anschein am Anfang. Mhm, genau. Ja, und die Zeit nach dem Briefing verbringt sie anscheinend immer in dieser Bar, wo sie den ... Pianoman. Den Pianoman trifft, den du schon erwähnt hattest. Genau. Und am Anfang ist sie ja so ein bisschen, ja, nicht so begeistert von seinem Spiel, aber die beiden kommen sie mit der Zeit näher. Ja, so ein bisschen dudelig hört es sich ja schon an. Genau. Ja gut, aber es erklärt sie ja auch am Ende, warum sie da am Anfang so ... Also warum sie so ein schwieriges Verhältnis zu der Situation hat, wenn dieser Mann am Klavier sitzt und Musik macht. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, das klingt wie Gershwin. Und der hat ja so jazzige Rhapsody in Blue und sowas gemacht, falls ihr das kennt. Entschuldigung, ich bin nicht so gebildet. Ja, aber das kennt, glaube ich, jeder. Wenn ich es jetzt singen würde, was ich nicht tue ... Kann sein, zumindest der ... Aber der Name sagt mir nichts. Genau. Und jetzt lese ich gerade, dass tatsächlich die Folge Someone to Watch Over Me der Name eines Songs von George Gershwin ist. George und Ira Gershwin. Ja, bestimmt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass das, was der Pianoman am Anfang spielt, das erkennt ja Starbuck als irgendeine Rhapsody auch oder Sonat oder irgendwas. Also sie weiß, was das ist. In Wirklichkeit ist das aber ein Stück aus der Klassik-Serie. Nämlich da ein ... irgendein Intro. Also nicht das Hauptintro, sondern irgendein anderes Stück. Ich wollte es auch einspielen. Also aus der alten Battlestar Galactica-Serie. Genau. Ich hatte gerade Klassik gedacht, du meinst Musik-Klassik. Ach so, nein. Battlestar Galactica. Diese Referenzen. Ja, Someone to Watch Over Me wurde auch mal in My Little Pony gespielt. Und in Star Trek Voyager und in ALF. Okay. Ganz schön viele Referenzen. Fun Fact. Aber so Referenzen finde ich ja immer völlig in Ordnung, wenn das so ein Zucker für die ist, die es merken und für alle anderen einfach nicht wahrnehmen. Genau. Das ist nicht so mit dem Vorschlaghammer direkt auf dem Stirn. Genau. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Exploration-Theme heißt das aus Battlestar Galactica. Ich werde es verlinken. Ja, und ich weiß dann gar nicht, wer von beiden anfängt, ob sie dann irgendwann beschließt, okay, ich zeige dir jetzt, wie das geht. Oder ob er sagt, ich brauche deine Hilfe. Aber irgendwann sitzen sie dann ja zusammen. Ja, er überredet sie ganz hart. Sie soll doch endlich spielen. Weil sie ist dann die größte Kritik drin war. Er will ihr nicht wehtun. Sie soll jetzt endlich spielen. Weil sonst müsste er nämlich ihre Hände verbiegen. Was sagst du, Mario? Ja, sie war ja die größte Kritikerin von ihm. Deswegen arbeiten sie dann irgendwann mal zusammen, oder? War das nicht so? Ach so, ja. Sie fängt so an zu kommentieren von ihrem Platz an der Bar. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann freunden sie sich so langsam an. Und irgendwann kommt sie dann rüber, ja. Genau, aber das scheint dann sich über mehrere Tage hinzuziehen, weil das wird ja immer wieder hin und her geblendet, wie du schon sagtest. Erst abends nach Dienst ist sie dann sozusagen in der Bar rum. Wo auch dann immer Tai und die anderen Final Five rumhängen und sich besprechen. Ja, aber da wird ja besprochen, wie man mit Anders zum Beispiel weiter umgeht. Genau, der ist ja immer noch im Koma. Also er ist quasi unconscious, aber anscheinend hat er massive Gehirnaktivitäten, weil Kottels Geräte schlagen eben aus, wenn er die Gehirnaktivitäten misst. Ja, und er liegt ja auch so mit offenen Augen und das bemerkt Kara ja auch. Aber Kottel sagt, es ist manchmal normal bei Koma-Patienten, das heißt nichts. Und die Zylonen sagen dann, wir könnten ihn doch auch mal an irgendwas anschließen bei ihnen und ihn quasi rebooten. Und dann geht er richtig ab. Ja, ihr könnt euren Technikerscheiß draußen erzählen, aber nicht hier bei mir auf der Sickbay. Ja, und er sagt halt noch, Starbucks, sie soll get a life, irgendwie soll ihr Leben weiterleben. Ja, genau. Und sie nicht hier ständig rumhängen. Also er war jetzt auch so sehr unfreundlich eigentlich, aber das ist halt so ein Kottel-Typ. Aber der war halt, das ist Kottel-typisch, wollte ich sagen. Aber der war halt nicht so dämlich wie die Schwester und der andere Arzt in der letzten Folge. Mit dem, was, diese Hand halten sie noch? Und daraufhin geht nämlich Kara zu Hilo, weil Hilo hat, als Kara vermisst war und für tot gehalten wurde, wurden ihre ganzen Sachen versteigert. Und Hilo hat die jetzt alle wieder zurück, er sagt, gekauft, geklaut und erbettelt und will Starbucks eine Freunde machen. dass er sie jetzt wieder zurückgibt. Und in dem Zusammenhang bekommt sie eben auch das Bild von Hera mit den Sternen. Ja, und lässt den ganzen Scheißern bei ihm stehen. Das fand ich super unfreundlich. Stimmt, habe ich auch gedacht. Wie er erzählt, wie viel Stress er hatte, um das alles wieder zu besorgen. Ja, nee, ist schon okay, kannst du behalten. Ja, eine Kassette hat sie mitgenommen. So eine Kassette, den Rest lässt sie da, da dachte ich eben auch. Das ist ja total nett, vor allem, weil er mit seiner Frau und seiner Tochter in einer kleinen Kabine auf einem beengten Schiff wohnt und da jetzt eine extra Kiste stehen hat. Und sie hat nicht mehr gefragt, so, ja, okay, hast du irgendwie viel Geld dafür ausgegeben? Soll ich dir irgendwie was denn... Ja, genau, nein. Ja, nee, interessiert mich nicht. Aber bist ein cooler Typ, ciao. Sie nimmt quasi nur die Kassette mit, wo die Aufnahme von ihrem Vater drauf ist. Genau, richtig. Das sollte halt so ein bisschen zeigen, dass sie abgeschlossen hat mit ihrem frühen Leben oder dabei ist abzuschließen. Aber ich fand es auch total unhöflich. Ja, weil man sieht in der Ecke der Kiste ja noch herausblicken den Nebel, den sie so manig auch an die Wand gemalt hat damals auf ihr Neu-Kaprika. Kaprika. In ihrem alten Apartment, ne? In dem Apartment mit Leoben zusammen, genau. Und diesen Nebel, die Aufnahme davon sieht man ja. Und sie blickt da auch drauf. Aber eben wie Tim sagt, sie hat damit abgeschlossen. Das tangiert sie jetzt gar nicht mehr. Sie wirft sozusagen wirklich nochmal einen Blick darauf und lässt es dann hinter sich. Ja, und Hilo ist halt so ein netter Typ. Bei dem tut einem das halt auch irgendwie leid, wenn das so ins Leere läuft. Das tut mir in der ganzen Folge jetzt noch so leid. Ja, der kriegt es echt ganz schön ab. Ich meine, seine Frau auch, aber er auch ziemlich. Ja. Es gibt dann ja noch eine Szene zwischen Boomer und Chief Tyrrell in der Zelle, wo Boomer ist. Weil der Chief besucht sie nämlich, weil die ganze letzte Zeit war sie ihm ja irgendwie schon so egal. Aber jetzt geht es ja darum, dass sie ausgehändigt werden soll. Und deswegen geht er jetzt zu ihr. Und dann erfahren wir das erste Mal so was, was die Zylonen können. Nämlich dieses, wie nennen die das? Spiegeln oder wie? Projektion. Projektion. Projektieren, genau, Projektion. Also sie können irgendwie sich so eine Gedankenwelt erschaffen. So wie Balta das die ganze Zeit schon macht. Ja, das habe ich auch gedacht. Also meine ich jetzt tatsächlich ernst. Das ist ja sowas ähnliches wie diese Figur, die er dann sieht. Six. Der hatte doch das auch schon irgendwann mal so ganz ausdrücklich mit diesem, ich glaube, da wurde er irgendwie gefällt. Irgendwas war mit Schmerzen. Nee, das war ja was anderes. Irgendwas war mit Drogen. Aber ich meine, dass die Zylonen das können, das haben wir ja schon vorher mal festgestellt, auch als Balta eben auf einem von den Basissterben war und das Six mit ihm da rumgelaufen ist und die dann plötzlich durch so einen Wald gelaufen sind. Ach, stimmt. Da hatte die Six ja gesagt, ja, wir können uns das doch so vorstellen, wie wir wollen. Ah, dann war das jetzt gar nicht das erste Mal, verdammt. Okay, du hast recht. Aber es war nochmal, ich hatte das komplett, wir vergessen mit dem Wald. Nur als du jetzt das nochmal gesagt hast, die können das projizieren, ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass das schon mal da war. Aber dass sie es zusammen so teilen können und dass sie sich eben ihre eigene Welt, also dass sie sich ihre eigene Welt so aufgebaut hat, weil Boomer hat sich ja so ein Haus aufgebaut und teilt das mit dem Chief, weil das ist in ihrer Vorstellung das Haus, was sie zusammen gebaut haben. Die haben anscheinend, bevor eben die ganze Show so losgegangen ist, ja wirklich geplant, wo der Chief ja meint, sie wäre da schon ein bisschen besessen von gewesen und dann gibt sie ja zurück, ach, wer hat denn hier die Grundrisse gezeichnet? Er ist nur ein Planer. Er hat das nur solide geplant. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die jetzt auch so in Corona-Zeiten für uns alle sehr praktisch wäre, um einfach mal ein bisschen in den Urlaub fahren zu können. Ein bisschen rauszukommen, ja genau. Oder eine Flasche Wein öffnen zu können, ohne die Wohnung zu verlassen. Ja. Wenn der Wein ausgeht, einfach sich eine Flasche vorstellen. Ist auch billiger. Ja, entweder das oder Replikator. Oder auch mal weniger bin ich nicht zufrieden. Oh nein. Weil, das sollen wir ja schon weitermachen mit Boomer und dem Chief. Wieso nicht? Replikat trifft es ja ganz gut. Also er ist dann ja bei der Präsidentin und er fleht nochmal, dass Boomer doch nicht an die Zylonen überstellt wird. Aber die sagen, sie haben ja gar nichts zu melden. Ja, da habe ich mich aber auch gefragt, was denkt er denn, wer er ist? Weil er so dastehen sagt, ja, es wäre ein persönlicher Gefalle. Ja, okay. Er ist einer der Final Five. Ja, genau. Aber das ist ja nichts Besonderes für Sie. Das würde ich jetzt nicht unter Vorteil aufzählen. Jedenfalls geht er ja zurück zur Arbeit. Also die ganzen Achten und Sechsen sind ja anscheinend die Handwerker unter den Zylonen-Modellen und sind ja mit den menschlichen Ingenieuren dabei, die Galaktikavir zusammen zu flicken. Und er schaut da eine Acht, ein Modell der Acht immer so interessiert an. Und da merkt man, oh, oh, da reift kein guter Gedanke in seinem Kopf. Und dann verursacht er ja kurz einen Stromausfall, dass das Licht ausgeht. Davor hat er sich so einen Schraubenschlüssel gegriffen und es macht einmal Polong. Und dann tauscht er während dieses Stromausfalls ja irgendwie die bewusstlose Acht, oder die er den Schädel eingeschlagen hat, mit Boomer aus und befreit Boomer so aus ihrer Zelle. Vorher mit diesem Projizieren dachte ich noch, da wäre irgendein Fehler. Weil es hat immer so den Anschein, als müssten die sich berühren dazu. Weil das immer passiert ist, wenn die sich berührt hatten. Aber eigentlich ist ja noch eine Plexiglaswand irgendwie hinter dem Gitter gewesen. Genau. Deswegen ist das dann doch nicht durch die Berührung. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, hey, wenn die sich berühren, wieso reden die eigentlich mit dem Telefon miteinander? Ja, aber irgendwie, keine Ahnung. Du hast ja recht, das Glas geht ja da durch. Aber sonst, warum sollte es nur, also es hat ja in dem Moment dann angefangen, wo beide das Glas berühren. Ja, genau. Und also, keine Ahnung warum. Aber vielleicht braucht es so eine Art Mindestabstand oder Maximalabstand. Das Wi-Fi ist einfach schlechter. Genau. Das ist alles Kopfsache. Du projizierst da leichter, wenn du so wusst als auf. Wenn man eine Projektionsfläche wie Glas hat. Eine leitende Fläche wie Glas. Das ist ja wie bei Star Wars, die haben auch Bildschirme auf Glas. Ja, das stimmt. Genau. Und dann, was macht denn der dann? Ach so, dann kommt diese fiese Szene in der Dusche. Oder kommt die noch nicht? Doch, genau. Wo quasi Boomer auf Szene trifft. Und sie ausnockt. Sehr direkt. Und sie, Szene? Wie, ach, Szene. Ich dachte gerade, Szene. Szene, genau. Und Szene sagt auch direkt, Hallo Boomer, was machst du hier? Oder wie so ganz trocken. Dann knallt sie einfach plötzlich mit dem Kopf auf das Waschbecken. Genau. Und dann muss sie im Schrank zugucken, wie Boomer Sex mit Hilo hat. Genau, weil er denkt, das wäre seine Frau. Ja, das ist Athena. Die nämlich auf die Mission gehen sollen. Auf welche Mission eigentlich? Irgendeine Erkundungsmission, oder? Ich gehe mal davon aus, ja, die suchen immer noch nach einem Planeten, wo sie landen können. Ja, ja, genau. Die bekommen ja sogar, die Raptor bekommen ja sogar am Anfang der Folge so eine Kiste mit Astronautennahrung, hier Mana, eingeladen, damit sie mehrere Monate den Raptor nicht verlassen müssen. Also diese Aufklärungsmissionen dauern anscheinend schon ein bisschen länger. Und deswegen sagt Hilo, ich lasse dich doch nicht von Bord, bevor wir uns mal ordentlich verabschiedet haben hier. Dann sagt sie Unkel. Ja, und dann wird Boomer gebumst. Ja, folgend Titel. Ja. Und Athena guckt zu, die Spannerin. Ist ja auch nicht nett von ihr, da einfach zuzugucken, finde ich. Ja, aber sie hat nicht so Freude, glaube ich. Nicht? Ich glaube, sie hat es auch nur so ungefähr mitgekriegt. Sie war, glaube ich, noch ein bisschen neblig im Schädel. Die war ja auch abgeknebelt und in die Ecke gedrückt und die Tür war ja auch nur so ein Millimeter offen. Der, die, ah, die, Athena, die hat ja Boomer sofort erkannt in der Folge, oder? Ja. Also habe ich sie nicht eingebildet. Nee, ja, Boomer kam in das Waschbecken, hätte ich fast gesagt, die kam in... Nee, das war Athena. Athena kam mit dem Kopf ins Waschbecken. Ich meine in den Waschraum und da meinte Athena gerade ganz trocken, hallo Boomer. Weil der Chief Tyrrell hat ja in der Folge davor als die Acht mit, oder nicht die Folge davor, aber eben als Boomer ankam, hat er sie ja auch sofort als Boomer erkannt. Und dann kam sie ja dann in die Brick. Also untereinander können sich die Zylonen anscheinend schon auseinanderhalten. Die strahlen wahrscheinlich so eine Freund-Feind-Kennung aus die ganze Zeit. Die sehen sich wahrscheinlich einfach als Seriennummer, wenn sie sich begegnen. Möglich. 8.01. Genau. Ich meine, die benehmen sich ja auch alle ein bisschen. Also, das ging es schon. Also, Hilo wird sich das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange anhören müssen, warum er das nicht gemerkt hat. Meinst du? Von Athena aus. Garantiert. Ich denke schon, ja. Vor allem, es tut mir für ihn halt so leid, weil er ist ja nie so ein Typ, der sowas bewusst machen würde. Der ist halt auch einfach echt wahrscheinlich der, der am wenigsten misstrauischen Mensch, den wir in der Serie da rumlaufen haben. Und ich meine, er muss sich ja sicher sein, dass die Achten alle ehrliche Modelle sind, weil sonst könnte ja jede Acht sagen, hallo, ich bin Athena. Nein, ich bin Athena. Meine Frau ist auch Athena. Und er dreht sich dann nur so im Kreis und weiß nicht, was er tun soll. Und dann, okay, ihr stellt euch in einer Reihe auf. Oh je. Jeder nur ein Kreuz, jeder nur ein Kreuz. Ja, und zwischendurch geht es eigentlich die ganze Zeit nur mit Starbuck weiter und dem Klavierspieler, oder? Das sieht man immer noch mal parallel. Ja, genau, wie sie quasi an ihrem Berg arbeiten. Ja, und da kann man ja aber, finde ich, auch echt über die Folge gut zuhören. Zumindest, wenn man, wobei ja, es kennt, nein, keine Ahnung. War dir klar, was da rauskommt, Jan? Nee, ganz am Anfang, als die Hera diesen Zettel ihr gegeben hat, da dachte ich dann, ah, das ist die Sternenkonstellation oder was auch immer, wo die die neue Erde finden. Und dann hat sich das irgendwann im Laufe der Folge dahinter, als sie es halt hinter diese, hinter das Notenblatt gehalten haben und plötzlich diese Sonnen eben Notenabfolgen ergeben haben, da dachte ich, ah, okay, dann doch was anderes. Und als sie dann angefangen haben zu spielen, so nach ein paar Sekunden, wenn sie dann halt so, sie ist ja erst sehr zurückhaltend und dann, als sie es angefangen hat zu spielen, wusste ich, sofort, ach, das ist die Melodie. Was aber auch daran liegt, als wir geplant haben, diesen Podcast hier zu machen, hat Tim gesagt, ja, sollen wir nicht hier ein Intro machen? Und dann hat er mir diese Szene quasi geschickt, so hier, sowas mit Klavier, da, 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 weil, seit du das gemacht hast, jede Folge mit diesem Thema anfängt und aufhört. Aber ich finde das unglaublich gut in dieser Folge, wenn man, wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft, dann kann man da echt, dann kann man da super zuhören, wie, wie da einfach immer mehr, immer, immer mehr dazu kommt. und kann immer schon so einzelne, da gibt es mal irgendwie zwei Töne, die schon, die schon passen. Und das macht, also, ich, das hat mir zumindest riesig Spaß gemacht. Ja, also ich habe es erst am Ende dann gecheckt, also ungefähr so ganz kurz, bevor Colonel Tai sein Auge gehoben hat. Der hört das dann ja auch und sagt, was zum Geier passiert denn hier? Das ist doch der Song, der uns wachgemacht hat. Und ich finde auch diese, die, die Version hier mit, mit, mit Piano dazu, ähm, das ist auch eins der, eins der stärksten Lieder von dem, von dem Soundtrack von der Staffel. Also die Staffel ist allgemein extrem gut, was Soundtrack angeht, in der Serie, die grundsätzlich schon stark ist, äh, im Soundtrack. Ich habe die Folge ja verwechselt. Ich hatte schon mal irgendwann gesagt, dass ich, äh, die Folge so gut finde mit dem Piano Mann. Und ich glaube auch Mario hat gesagt, dass er die so scheiße findet. Ähm, aber ich hatte, ja, ich hatte mal gesagt, dass ich die so gut finde. Das hat aber auch, auch was damit zu tun, weil ich dachte, da am Ende kommt dann diese, diese Musik, ähm, dann als, ähm, Rock-Theme. aber das kam ja schon längst in, das kam ja schon in der zweiten Folge oder so, ähm, kam ja schon dieses All-Along-The-Watch-Tower ganz am Ende, fünf Minuten lang oder so, als, als Cara zurückgekommen ist. Ich dachte, das wäre es bei dieser Folge hier. Aber hier ist, ich weiß nicht, wer Zugriff auf den, auf den Soundtrack hat, der sollte sich den, den Song hier, äh, Cara Remembers, heißt der, mal anhören. Ich finde das eine richtig, richtig gute Version. Ich vermute, den hat jeder, der auf YouTube Zugriff hat. Mal gucken. Wahrscheinlich. Wir haben ja 2020, du hast recht. Und dann können wir das auch verlinken. Cara Remembers. Oh, Cara wird mit K geschrieben, aber auch das merkt YouTube. Ja, da haben wir ihn. Können wir verlinken. Wir müssen nur dran denken. Also, ja, ich habe das damals gesagt. Ich muss aber auch sagen, ich hatte sie viel schlechte Erinnerungen. Also, sehr schlechte Erinnerungen eigentlich. Und ich fand sie diesmal nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe mir eingebildet, dass man nonstop nur den Pianisten gesehen hat mit, ähm, Starbuck. Hm. Aber, ja. Das wollte ich nur mal sagen. Okay. Nicht, dass wir jetzt hier schon bei der Bewertung sind. Nein, 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 noch nicht. Nein. Gut, gut, gut. Ich hatte das nur noch in Erinnerung, dass du meintest, die hat dir nicht gefallen. Genau. Ach, dann bleiben wir doch gleich noch hier bei dem Pianomen, oder? Wie das sich auflöst. Nämlich, du hast ja schon gesagt, kurz bevor Tai, ähm, dann auch sein Auge hebt. Und, ähm, Tai erkennt ja dann als Erster, dass die jetzt an dem Klavier diese, ähm, Musik spielen, die sie angeknipst hat, wie Tai sagt. Genau. Dann stürmen sie zu Cara und das ist eine schöne Szene, weil man dann nämlich von vorne sieht, wie Cara und der Pianoman da sitzen und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ist das eine Rundfahrt oder ist es einfach nur ein Schnitt von der anderen Seite und dann ist der Pianoman einfach weg. Man sieht dann einfach nur noch die 15 oder 4 sind das ja dann glaube ich nur, oder 3, also die. Die 3, genau. Die 3, genau. Ähm, das sind dann, äh, Alan, ähm, Tori und Tai, glaube ich. Genau, der Chief, äh, Strom hat ja noch rum und, äh, er hilft Zylon zur Flucht. Anders liegt auch rum. Genau, liegt auch noch rum. Aber da sieht man dann, äh, von einem auf den anderen Schnitt ist dann der Pianoman einfach weg und wird auch nicht mehr irgendwie, kommt nicht mehr, wird nicht mehr thematisiert. Ja, aber, also, das war ja vorher schon, klar, aber spätestens in dem Moment, wenn, ähm, sich die, die Zeiten vermischen, weil es gibt ja immer, Schnitte wie Cara mit ihrem Vater. Man sieht den Vater in diesen Rückblicken nicht, wenn sie jetzt als kleines Kind mit ihm spielt, aber ganz am Ende, irgendwie macht er, eher so eine Fingerpistolenbewegung und sie pustet irgendwie den Qualm von dieser Fingerpistole herunter oder irgendwie sowas und das sieht man eben, das macht sie ja als Kind und dann macht sie es auch als Erwachsene und dann sehe ich, ah, okay, es ist irgendwie der Geist ihres Vaters und dann muss es ja auch nicht weiter thematisiert werden, das ist ja ihr, ihr Geheimnis. Oder, ja, und es hat ja auch, hat ja auch seinen Dienst erfüllt für die Folge. Ja, aber es war super gut gemacht. Zu Beginn, äh, dachte ich halt, ja, okay, da ist halt ein Typ, der da in der Kneipe Piano spielt und wie es immer so ist, genauso wie mit Pianisten in Restaurants oder Hotel-Dobbys, niemand schenkt denen ja irgendeine Beachtung. Die verfließen ja einfach so mit dem Hintergrund und dass sie dann auch mit ihm quatscht und so und dann, na, na, hier, und das, das ist überhaupt nicht komisch, dass sie ja die einzige Person zu sein scheint, die ihn irgendwie anspricht. Aber dann erfährt man später ja, warum es so ist. It was all in her head. Naja, vielleicht dachten die anderen, sie ist schon wieder mal besoffen, redet wieder mal mit sich selbst und das war sie jedes Mal, wenn sie dort hingegangen ist. Sie hat ja auch so schon die ganze Zeit mit sich selbst geredet. Also das hat man ja auch am Anfang der Folge gesehen, dass sie die ganze Zeit ihre Briefings vor sich hin gemurmelt hat. Die hat ja sowieso die ganze Zeit geredet. Von Kara Thrasio, glaube ich, brauchst du nicht an, man ist ja wieder mit dir selbst, wenn sie besoffen in der Kleine ist. Und watsch hat sie eine hängen. Ja, aber jetzt die Frage, die sich mir gestellt hat, ist das jetzt visualisiert, was ihre Gedanken sind oder ist das genau das gleiche wie bei Balta und seiner Hetzix? Das habe ich mich gefragt. Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Das macht schon einen Unterschied, weil in der Folge es ja auch darum geht, was diese Projektionen jetzt sind. Ist das jetzt eine Projektion oder ist das einfach nur ein stilistisches Mittel der Hühnermacher? Es ist ein stilistisches Mittel. der Filmemacher. Da sagt zum Beispiel die Vicky was anderes. Was dann? Dass Kara offensichtlich auch projizieren kann. Aber ich fände es eigentlich auch schöner, wenn es ein stilistisches Mittel der Filmemacher wäre. Also ich finde, es gibt jetzt ehrlich gesagt nicht dafür, also abgesehen von diesen von diesem ganzen übernatürlichen Mambo-Jumbo, der jetzt einfach ein bisschen viel wird. Gibt es doch überhaupt keinen Indiz dafür, dass es das ist, oder? Na ja, genau. Also es gibt halt diesen Mambo-Jumbo, dass Tabak ja eigentlich tot ist. Ja, genau. Das meine ich halt. Oder andersrum gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es offengelassen wird, was das jetzt ist. Ob das das Gleiche ist, also ob das eine Projektion ist oder ob es einfach nur visualisiert ist. Und vielleicht spielt das da wirklich damit, mit der Frage, ob das tatsächlich das Gleiche ist. Diese Gedankenwelt von Zylonen und einfach das menschliche Gehirn. Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also deshalb vorhin meine Entgegnung, was macht es denn für einen Unterschied? Was ist die Projektion der Zylonen anderes als visualisierte Gedanken? Mhm. Ich fand das auf jeden Fall einen schönen Effekt. Deswegen habe ich es jetzt auch schon dreimal gesagt, dass der einfach weg ist. Mir ist der Gedanke gar nicht gekommen, dass es auch eine Projektion sein könnte. Das ist ja, also ja, wie du sagst, das eine ist, Projektion ist ja nichts anderes als das Zylonen-Wort dann für Vorstellen oder Vorstellung. Naja, nur, dass man ja, dass man dann ja noch irgendwie andere mitnehmen kann. Ah ja, ja. Das wäre natürlich cool. Obwohl, nee. Mein Kopf bleibt für mich. Ja, ich weiß auch nicht. Also, da muss man sich schon sehr drauf verlassen können, dass da, dass da die ganzen, ähm, die ganzen, äh, Türen zu bleiben. Ja. Deswegen, ich, ich schaue ja auch gerade die S9, wenn dann Odo die große Verbindung mit so einem anderen, äh, Wechselbalk eingeht, denke ich auch, oje, ne, da gibt man ein bisschen zu viel Preis. Mit diesem komischen CGI mehr da, oder? Ja, ja, genau. Mhm, genau, der ganze Planet, der quasi nur aus Wechselbalkern besteht. Hm, okay. Apropos Balk, das eine Balk wird ja jetzt vom Schiff gestohlen. Ganz kurz noch ein, ein Gedanke, ich will noch nochmal rekapitulieren, wer denn jetzt eigentlich dieses, dieses, ähm, spiegeln kann. Das kann Balta, das kann Six und das kann Boomer. Boomer, Boomer kann das und das kann ja auch, darf man das jetzt schon sagen, dass das Helen, nee, wie heißt sie? Hera auch kann. Ach, Cara. Nee, Hera. Das kommt erst in der nächsten Folge, oder? Hm. Jetzt müssen wir das böse Wort wieder sagen. Spoiler. Aber der, der Chief kann's ja irgendwie auch, oder? Er kann auf jeden Fall mitgenommen werden. Ja, aber er ist ja auch ein Zölone. Ja. In der Folge ist selber dort. Da rennt er nämlich durch, durch Schiff und dann ist er auf einmal im Haus und rennt da durch das Haus. Er kann das selber. Er kann das dann auch selber. Auf der Suche nach der Tochter, die er dann nicht mehr da findet. Denn weil, da wolltest du gerade schon ansetzen, Jan. Weil die Mutter mit der Tochter abgehauen ist. Aber es ist ja eigentlich auch spannend, weil, ähm, in seiner eigenen Gedankenwelt kann er es nicht schaffen, sich ein Kind zu generieren. Weil er hat ja das Kind quasi, ähm, gesehen, als er in der Spiegelwelt von Boomer war. Aber als er dann quasi dahin wieder zurückgegangen ist, ohne Boomer, sie sich also sozusagen selbst erdacht hat, konnte er sich kein Kind mehr erschaffen. Naja, vielleicht ist das Kind ja mitgenommen. Genau, das war ja jetzt wieder so ein Unterbewusstseinsding. Oder er hat sich ja jetzt nicht seine Traumwelt erschaffen, sondern er hat ja jetzt sozusagen wieder das wahrgenommen, was er sich vorstellt, was passiert. Er glaubt ja genau, dass genau, er geht ja in dieses Haus, weil er vorher ja mitbekommt, im Hangar, dass, ähm, Boomer geflohen ist und dass sie dieses, dass sie das Kind mit, äh, und da, ähm, dass sie das Kind mitgenommen hat. Und da bricht er ja sozusagen zusammen. Das, er wusste das ja nicht. Er hat ihr sogar geholfen, diese Kiste mit. Er hat ihr geholfen. Ja, und wie er diese Kiste, es ist so witzig, weil er weiß, wie er diese Kiste da so hinpfeffert. Ja. Ja. Und er sagt, ah, du brauchst doch genügend Verpflegung da draußen. Ja. Er rennt ja. Er hat sein Gesicht später, als er merkt. Ganz genau. Ja. Und dann rennt er ja so richtig aus dem Hangar raus, ist völlig verzweifelt und das, was man da sieht, das ist ja genau sein Unterbewusstsein, was gerade in ihm abgeht. Das ist ja nicht, was er sich gerade generiert, weil er Spaß haben will. Ah, ich hatte Spaß. Das muss man ja auch sagen, dass Boomer sich ja in dieser, in dieser Welt jetzt sogar eine Tochter erdacht hatte, die sie mit dem Tief hätte haben können, wenn alles anders verlaufen wäre. Sieht man die Tochter vorher mal? Oder? Ja. Wenn die in dem Zimmer sind? Echt? Ja, ja, die sieht man einmal in dem Zimmer auf ihrem Bett. Achso, nee, in einer anderen Folge, meint er, glaube ich. Nee, ich meine, hier in der Folge, ja, ich meine, die Tochter gibt's ja auch nicht. Genau. Und das Haus sehen wir ja auch zum ersten Mal. Ich dachte nur, man sieht die auch gar nicht. Man sieht ja erst diese, diese Größenmarkierungen an der Wand und dann gehen sie in das Zimmer und ist sie da drin dann? Da sitzt sie, ja. Achso. Er setzt sich ja, glaube ich, auch zu ihr aufs Bett oder so. Ah, okay. Schon wieder so lange her. Genau, und dann ist sie weg. In einem sehr coolen Manöver, weil Athena kommt ja in den Briefing-Room der Piloten reingestolpert und Hilo checkt sofort, dass irgendwas anscheinend nicht stimmt und dann erzählt ihr, dass sie nicht zerfrümmert ist. Ja, und nicht mehr so gerade laufen kann. Dass Boomer eben Hera gestohlen hat oder entführt vielmehr, sagt man ja bei Menschen. Wenn man Menschen stiehlt, heißt das nicht. Ich bin nur ein halber Mensch. Ja, und dann ergibt sich ja, er gibt dann hier, ruft die Krankenstation an, du sag dem alten Mann auf dem CIC Bescheid und so weiter. Und sie versuchen dann ja noch, Boomer an Bord zu halten, indem sie, sie wollen sich ja erst mit einer Finte zum Dableiben bewegen, indem sie ihr keine Starterlaubnis geben und sagen, ah, Athena, du musst nochmal reinkommen. Und dann fängt Boomer an, die Triebwerke hochzufahren und dann fährt, und das fand ich so cool, halt visualisiert CGI-mäßig, wie die Gondel reingezogen wird von der Galactica. Und sie dann, ähnlich wie bei Independence Day, wenn die aus dem Mutterschiff rausfliegen, Jeff Goldblum und Will Smith, dann Boomer ja mit dem Raptor noch so gerade aus der Abschussrampe oder wie man das nennt, von der Galactica entkommen kann. Ja, da habe ich jetzt wieder ein Problem. Nee, wahrscheinlich habe ich kein Problem, aber eine Frage. Das ist ja jetzt ein Raptor. Der fliegt ganz normal auch aus dem Hangar, wo er auch reinfliegt, oder? Weil die Jäger, die kommen ja immer quer zum Schiff dann an diesen Stadtraum. Ja, aber da landen alle. Da landen alle, aber da starten die ja nicht. Aber die Raptoren starten da schon. Die Raptoren starten da schon, ja. Die werden quasi mit dem Aufzug nach oben gefahren, wie in einem Flugzeugträger, und starten dann einfach von dem Deck und fliegen vorne oder hinten raus. Und deswegen ziehen sie das ein, damit der Zugang sozusagen zum Raum zu ist. Genau, damit er nicht starten kann. Und dann lernen wir ja auch was Neues, dass es irgendeine Raumzeitverzerrung oder einen Riss gibt, wenn man FTL startet und es einen Mindestsicherheitsabstand zwischen Schiffen geben muss, wenn ein FTL-Sprung gemacht wird. Mhm, genau. Weil der Raptor springt dann ja so nah, auch dass die Systeme sowas zulassen, dass es kein System gibt, was dann sagt, nee, du kannst nicht springen. Ja, ob das den Zylonen aufgehalten hätte. Genau, das hätte sie einfach die Sicherheitsvorrichtung überdrückt. Ja, hat es böse angetan. Mit Code Affina Alpha 3. Zulassungsberechtigung. Ausweichmanöver Riker 7. Genau. Und da habe ich mich dann noch gefragt, ach so, erstens mal versuchen sie ja dann erst noch so einen Trick zu machen und sie aufzuhalten. Also sie versuchen sie aufzuhalten, ohne sie glauben zu lassen, dass sie wissen, dass sie Boomer ist und da fällt sie aber nicht drauf rein und dann sagt Adama einfach der Funk, Boomer, fahr die Motoren wieder runter. Was sie aber auch nicht auffällt. Nee. Hat sie dann Hotdog gekillt? Der Hotdog ist ja da und soll sie abfangen, als sie springt. Ist der dann tot? Nee, sie springt dann doch einfach vorher weg. Ja. Also er kommt da glaube ich erst gar nicht hin. Ach so. Ich dachte nämlich, weil er dann so schreit, tu es nicht, tu es nicht. Und ich dachte, er wäre direkt vor ihr. Was hätte er denn machen können? Als sie abschießen, da riskiert er ja Hera zu töten. Deswegen sagt sie ja auch, sie werden nicht auf mich schießen, weil ich Hera dabei habe. Mhm. Ja, aber hat er das gehört? Das hat doch nur die Brücke gehört. Das wusste Hotdog sowieso nicht, dass da ein Kind oben ist. Das stimmt auch wieder. Ja gut, aber es sprechen ja Leute mit ihm. Ja, von der Brücke. Das hätten sie ihm wahrscheinlich noch gesagt. Hera hat uns gerade... Da war ein Kind an Bord. Ja, tut uns leid. Uma hat uns gerade... Es war nicht die Kiste zu treffen. Genau. Er hatte jetzt ein eigenes. Ich hatte nur gedacht, ich hatte nur erst gedacht, dass er vielleicht tot ist, weil er nämlich so... Dann kam ja der Abspann und er sofort als Erster im Abspann genannt worden. Ich habe dann allerdings in der nächsten Folge gesehen, das war da auch so. Also wird er scheinbar immer als erster... als Special Guest. Hallo, er ist der Sohn vom Admiral. Ja, okay. Ja, mal gucken, ob er nochmal vorkommt. Aber ihr meint, der war gar nicht direkt davor, sondern noch weiter weg? Ja, er war weiter weg. Dann hoffe ich, dass er überlebt hat. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Danke. Au. Au. Ja, das war's, oder? Ja. Die Galaktika hat jetzt nochmal einen abgekriegt. Ja, stimmt. Weil dadurch wurde ihre Hülle ja ordentlich beschädigt. Ja. Mal gucken, ob der komische Kleister der Zylon das auch nochmal retten kann. Mhm. Mehr dazu in der nächsten Folge. Richtig. Man kann vielleicht noch sagen, dass ja noch rauskommt, dass das offensichtlich alles der Plan war von Anfang an von Bruder Kevil. denn Boomer ist ja mit Ellen von der Basis geflohen. Wie heißt das? Von der Kolonie geflohen. Mhm. Weil Boomer hat sie ja dann sozusagen befreit. Sie sollte ja eigentlich operiert werden und Boomer hat sie dann befreit und jetzt stellt sich raus, dass es offensichtlich die ganze Zeit der Plan war, dass Boomer mit ihr abhaut, um nämlich an das Kind zu kommen. Sie war quasi eine Art Doppelagent. Mastermind Kevil. Ja. Kevil ist dann bald nicht mehr allein zu Hause. Ja. Wow. Wir hatten mal eine Folge, die hieß so, Ben. Mhm. Hab ich gesehen. Wie hast du gesehen? Aber das heißt ja nicht, dass man das immer wiederbringt. Ich hab sie gehört. Ich hab sie auch gehört. Wow. Jetzt. Kommen wir zur Bewertung. Jan. Ähm. Ich muss sagen, die Folge hat über große Teile für mich so dahin geplätschert und hat dann gegen Ende sehr viel an Fahrt aufgenommen. Das hat für mich alles so ein bisschen ja, aha, das passiert und das und das und sie ist sehr ruhig gestartet und auch das in der in der Kneipe hat sich für mich erst so ganz gegen Ende zusammen gebaut, zusammengefügt und da glaube ich, dass, was Phil eben meinte, wenn man weiß, worauf es hin abzieht, dass man das viel mehr genießen kann, als wenn man es das erste Mal guckt. Von daher ist es vielleicht auch bei mir dann das nächste Mal so wie bei Mario, dass ich sie ja nicht mehr so bewerten werde, wie ich sie jetzt bewerte, aber für mich waren halt die letzten zehn Minuten das, was die Folge wirklich herausgerissen hat. Also dieser Stand-Off, der Hangar-Stand-Off mit Boomer und wie sie überhaupt vom Schiff kommt, die Aufklärung, was mit dem Pianoman eigentlich ist und was für eine Melodie gespielt wird und da bin ich noch gespannt, was das überhaupt dann zu bedeuten hat. Aber summa summarum gebe ich dann sechs Punkte. Okay. Ich gebe acht Punkte. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, macht mir das einfach riesig Spaß dazu zu gucken. Ich mag außerdem an der Folge das hier Starbuck und wie auch immer die verschiedenen Varianten heißen von Boomer. Also die beiden Schauspielerinnen, die dürfen hier mal ein bisschen aufspielen und machen das auch beide, finde ich, beide finde ich gut. Ja, ich habe da einfach eine riesen Freude an dieser Folge. Was aber, wie eben schon gesagt, ganz, ganz massiv damit zusammenhängt, dass ich die ganze Zeit schon weiß, was passiert. Das ist so eine der wenigen Folgen, die ich auch wirklich, die mir auch so im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ich überlege noch, was ich gebe, aber ich fand die Folge auch gut. Mir haben diese diese Gedanken Szenen da nicht so gefallen von dem Chief und so. Das fand ich so ein bisschen, aber es war ja auch nicht so viel. Und ich fand da halt, das waren halt zwei Wendungen drin, was ich was ich gut fand tatsächlich. Zum einen die Geschichte mit Starbuck, dass sich das hinterher so rausgestellt hat, dass dieser Typ gar nicht da ist und gar nicht existiert. Wo man sich ja dann Gedanken machen kann, was das alles bedeutet. Und das andere natürlich auch, dass man da so mitbekommt, oh scheiße, das war ja jetzt die ganze Zeit der Plan, wobei ich das nicht immer so gut finde. Das war bestimmt auch so geplant schon die ganze Zeit von den Serienmachern, aber das kann man natürlich hinterher immer sagen, dass das die ganze Zeit der Plan war. Ich glaube aber trotzdem, das war tatsächlich die ganze Zeit der Plan. Die machen sich bestimmt Gedanken über den Verlauf einer Folge und vor allem, wenn es die letzte Staffel ist. Von daher gebe ich auch acht Punkte. Ich habe kurz überlegt, ob ich sieben gebe, aber ich gebe tatsächlich acht. Der letzte, weil die Zusammenfassung sagende, gesagt habende, Mario, 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 ist noch nicht Ben, denn Mario fehlt noch. Richtig. Wow. Puh, das war knapp. Jetzt hast du so oft der Plan gesagt, jetzt habe ich wieder Bock, den Film der Plan anzusehen. Danke dir. Den haben wir doch letztens erst geguckt. Ja. Okay. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe das glaube ich schon am Anfang des Podcasts gesagt von Zillow und Sender. Die Folge habe ich voll schlecht in Erinnerung und das war eine Katastrophe damals. Ich habe sie wirklich, irgendwie habe ich sie ausgeblendet immer. Die war jetzt natürlich jetzt nicht super gut, aber ich fand sie es auch nicht schlecht, also Mittelding eben. Es hat langsam Fahrt genommen und ich finde es aber auch so wie der Tim, das mit dem Plan, ja, ich glaube auch, die haben das sicher schon geplant alles, ja, aber das Problem ist, jetzt in der vierten Staffel merkt man das, die nimmt halt doch Fahrt auf. Das heißt, es geht wirklich rucki-zucki voran und das ist halt nicht so ausgebaut, also so der Herrgeklass da, wir müssen weiterkommen, deswegen brauchen wir das jetzt mit her, weil sonst ergibt das alles nicht, irgendwie keinen Sinn mehr später, was wir noch vor haben, im Finale oder sonst wann. Ja, das mit Hero hat mich sehr geärgert, was er gemacht hat, er hat mir den Schwanz gedacht, das ist, ja, da war er mir sehr unsympathisch und er war mir eigentlich nie unsympathisch in Serio, da war er so unsympathisch in der Folge, boah. Ich gebe in der Folge sechs Punkte. Okay, dann haben wir alle. Hä? Nein, Ben! Oder echt jetzt? What the fuck? Ich schließe mich Jan und Phil an, ich gebe der Folge auch acht Punkte, beziehe mich inhaltlich auf ihre Aussagen. Hast du sieben gegeben oder was? Ich habe sechs gegeben, was ist denn heute los mit euch? Schlechte Internetverbindung. Ja. Ich beziehe mich natürlich auf deine acht Punkte und gebe der auch acht Punkte. Ja, ich mag die Folge auch, ich habe sie jetzt natürlich auch schon ein paar Mal gesehen, deswegen wirkt sie für mich wahrscheinlich auch so ähnlich, wie es eben ist, wenn man sie schon mal gesehen hat, dass man sie besser findet, dass man auf mehr Details achten kann, dass man sich vielleicht auch dabei erwischt, wie man versucht, möglichst früh darauf zu kommen, dass der Pianospieler gar nicht da ist. Und mir hat das auch Spaß gemacht, mir das anzugucken. Die letzten zehn Minuten fand ich auch großartig, auch dieser Effekt, als der Raptor gesprungen ist. Ja, acht von zehn. Kevels. Okay. Dann letzte Worte. Jan. Billy Joe spielt Bob Dylan. Okay, dann Phil. Okay. Zauern, Zahnpasta. Alles klar. Haben wir gar nicht gesagt, das bleibt ein Geheimnis. Ich sage His Bobness. Und Mario. Ich weiß, ich muss nicht daran denken. Nicht ohne meine Tochter. Wir sind laut. Dann. Entschuldigung. Nicht du, das Hintergrundgeräusch. Dann schnell noch Ben, bevor diese Musik kommt. Mit dem Kopf durch das Waschbecken. Damit sagen wir, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Er hat schon den ganzen Tag über einen Serientitel nachgedacht. Ich habe das immer nachgespielt, um zu gucken, ob das wirklich so schlimm ist. Ja, man kann das so nehmen. Wir müssen unbedingt hier dann, also das werde ich dann auch nochmal sagen, wenn wir das Finale gucken. Hier steht in der Wikipedia, was George R. Martin dazu gesagt hat. Echt? Der hat was dazu gesagt? Und das ist Looks like somebody skipped writing 101. Wow. Der hat was dazu gesagt. Interessant. Ist halt fett. Ja, und geht das Problem einfach, indem er seine eigene Serie nie beendet. Genau. So jetzt in Corona hat er keine Zeit, die Bücher zu schreiben. Ne. Das stimmt. Er hat zwar gesagt, aber 80. Ach, aber ich würde auch, da wirst du auf einmal Millionär und die Leute gehen dir alle auf den Sack mit, du musst weiterarbeiten, du musst weiterarbeiten. Wir erwarten das von dir. Ach, du, eigentlich muss ich gar nichts mehr. hat er denn noch mal was geschrieben, weitergeschrieben? Ja, 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 aber halt andere Sachen. Ah, nee, ich meine, ob er weitergeschrieben hat. Angeblich schreibt er, glaube ich, die ganze Zeit. Es haben sich doch eh alle über die letzte Staffel beschwert, also muss er, wenn er die jetzt macht, muss er was ganz anderes einfach machen. Ja, aber da kann er ja sagen, ja, er hat es wahrscheinlich genauso schon geschrieben, er muss jetzt alles noch an den Riechen machen. Ich habe auch so reden, ja. Ich sehe die Serie, oder was ist das? Ja, verkauft sich dann bestimmt auch viel besser, wenn er sagt, hier die richtige Fassung des Endes. genau. How it should have ended. Ich hatte ja kein Problem mit dem Ende. Ich auch nicht. Welches Jahr der jetzt? Emo Crones. Ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Ich habe mir ja auch schön erst alle Artikel durchgelesen, bevor ich die Serie und dann die ganze Staffel geguckt habe. Gut. Gut. Ich meine, das Problem ist, bei einem Serienende, jeder hat wirklich so seine eigene Vorstellung oder Wünsche, was jetzt passieren soll. Ja, natürlich. Das ist halt schwierig, finde ich, bei einem Serienende. Ja. Ja, gut. Ja, ja. Mei. Man kann aber vielleicht auch so ein bisschen, also, man darf natürlich sagen, dass einem Dinge nicht gefallen haben. Aber, meine Güte, also, dann mach's halt besser. Also, ich finde, manche Leute vergreifen sich da schon ganz schön irgendwie. Ja, die nehmen das ja auch sofort persönlich, nur weil das Ende nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Wo ich mich halt auch extrem schwer damit tue, ist, wenn Leute sich dann so äußern, dass, weil das Ende jetzt nicht so ist, wie sie sich das gewünscht haben, die komplette Serie und die letzten zehn Jahre ist alles ruiniert. Childhood Ruin. Jetzt hatte ich rückwirkend nie Spaß damit. PK ist ja jetzt auch wieder nicht so gut angekommen bei vielen, also, ich fand die, finde ich nach wie vor gut. Ich fand, ja, ich fand die nett. Ich fand jetzt halt, also eins, also, was mich am meisten gestört hat, war tatsächlich PK. Ansonsten fand ich die Serie ziemlich gut. Schade. Und PK hat mich ja am meisten irritiert, dass der anscheinend genauso Tee trinkt wie ich, dass der einfach Tee, einfach Teebeutel da reinhält. Ja, genau. Ich hab den im Hinterkopf als so ein, so ein, Replikator-Nutzer. So ein Profi halt. Ja, sonst hat er auch immer den Replikator benutzt. Ja. Da gab's nie einen Beutel. Das war halt nicht mehr PK. Das war halt einfach ein alter Sack. Da hätte man auch jeden anderen alten Sack nehmen können. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber das sollte ja auch so sein. Aber Patrick Stewart halt. Ja. Aber das ist halt ein alter Tatterkreis gewesen, der nichts auf die Reihe kriegt. Aber das sollte wohl auch genau so sein. Und das hat aber vielen nicht gefallen. Gut, aber Ja, dann sollen die sich halt überlegen, was du jetzt heutzutage mit, genau, was du jetzt heutzutage mit Patrick Stewart noch Not My Star Trek haben sie geschrieben. Ja, ist ja okay. Dann guck halt ein anderes Star Trek. Genau. Vielleicht will ich ja gar nicht, dass ihnen das gefällt. Tales of the Loop fand ich auch gut. Hatten wir ja schon. Was fandst du gut? Tales from the Loop. Ah, ja. Also die letzte Episode habe ich noch nicht gesehen, aber das ist ganz... Kann ich dir ja jetzt spoilern. Ja. Ja, kannst du. Also weil das... Weiß gar nicht mehr, worum es ging. Da gibt es doch überhaupt nichts zu spoilern bei dieser Serie. Also da machst du überhaupt nichts kaputt, finde ich, durch Plot bei der Serie. Nö, genau. Ich habe ja auch kurzzeitig gedacht, dass die Musik von dem ist, der bei Leftovers die Musik gemacht hat, weil das klingt sehr ähnlich mit dieser Klaviermusik, aber war da nicht. Ah doch, die letzte. Ja, das ist wieder mit dem Jungen, der seinen Körper verwebt getauscht hat. Oder? Nee, mit dem kleinen Bruder. Ja, genau. Mit dem Bruder von dem, genau. Dann weißt du ja doch schon. Es geht um den kleinen Bruder. Ja, ich habe noch die ersten fünf Minuten habe ich noch angefangen und dann da war der Tag doch zu Ende. Und sonst habe ich nichts geguckt. Doch, ich habe Bosch tatsächlich sehr schnell durch. Also ich habe da die letzte noch nicht gesehen. Ja, Bosch habe ich super schnell durchgeguckt. Aber das geht mir bei Bosch immer so. Ja, ich mag das einfach. Da sind auch so viele Charaktere dabei. Also die, die ich mag und die irgendwie, auch wenn die alle, allein schon, allein schon dieser Shift Commander, der taucht nie viel auf. Aber ich mag den total. Der immer die, der immer der Gute ist für alle. Ja, genau. Ja, den mag ich auch. Der am Funk sitzt und so. Ja. Diesen Käpt'n mag ich überhaupt nicht. Das ist ein Vollidiot. Der, der die ganze Zeit so. Die Lieutenant da, den Nieder macht jetzt. Ja, ja gut, ich meine, der, der macht glaube ich keine einzige Aktion, die einem irgendwie sympathisch erscheinen. Vielleicht liegt es daran. Aber den Chief mag ich. Ich hatte erwartet, dass in dieser Staffel der, der Partner stirbt. Echt? Weil der diesen, diesen Dings mit diesem, hat das Ende der letzte Staffel sah für mich so aus. Ja. So, der, der macht jetzt seinen, der, der, der macht jetzt seine, seine, seine Trachezug. Und damit ist seine Geschichte dann auserzählt. Das kann ja auch noch passieren. Ich habe die letzte Folge ja noch nicht gesehen. Natürlich. Und was habt ihr so gesehen? Ich dachte jetzt, die sind alle zwischendurch einfach gegangen. Wir nutzen die Kunst der Stunde. Lauf, lauf. Wir können euch Bosch empfehlen. Da sind wir uns ausnahmsweise einig. Und The Leftovers. Das ist, komm, ja The Leftovers. Das kennen wir ja schon. Also, dass ihr das empfehlt. Ich lese nämlich gerade noch in der Wiki von Battlestar Galactica und haben wir mal erwähnt, dass das Schiff von Firefly in der Serie vorkommt? Ja, in der ersten Folge. Ja, okay. Ich wollte sich einfach jetzt so den Janowid und die Nase reiben, aber er ist ja schon weg. Aber ich bin auch noch da. Ich glaube, der Millennium Falcon auch, oder? Auf jeden Fall noch ein paar andere Schiffe, die man kennt. Gut möglich, ja. Ich habe gestern einen netten Graph gesehen, wo die den Aktienanstieg von Zoom gezeigt haben. War auf Zahl. Und Zoom ist im April irgendwie über 1800 Prozent gestiegen, die Aktie. Aber das falsche Zoom, nämlich Zoom Technologies. Das echte Zoom hat ein Plus von 130 Prozent bekommen. Irgendwie haben alle Leute in das falsche Zoom investiert. Aha. Das ist schlau. Ich mag so Geschichten. Die unsichtbare Hand, das mag das. Die regelt das schon irgendwie. Aber Zoom haben sie doch erst mal sicherheitstechnisch auseinandergenommen, nachdem das jetzt alle benutzen. Aber das ist doch egal. Das ist alle ja mal. Das hat wenigstens mit Erfolg zu tun. Und das nutzen immer noch alle. Das ist genauso krass. Ja, das meine ich ja. Es ist halt da und es funktioniert. Da interessiert doch niemanden, was da mit Sicherheit ist. Die Dativ zwingt uns immer noch dazu, Flash zu nutzen. Nice. Also, mehr fällt mir dazu nicht ein. Fakse ist auch ein gutes System. Naja, Fakse fallen ja genau unter das gleiche Schema. Es funktioniert halt. Es sei denn, man übermittelt Gesundheitsdaten. Dann funktioniert es halt nicht, aber es wird trotzdem benutzt. Ja doch, es ist halt langsam. Aber es bleibt halt irgendwo hängen. Also, es ist halt umständlich, weil Leute Dinge abschreiben, die eigentlich auch die eine Maschine direkt an die andere Maschine geben können. Ja, es funktioniert halt nicht. Da gab es diesen Fall von dem Lehrer, der gemeldet hat, wir haben da so einen Corona-Fall in der Schule und das ist halt nicht angekommen im Gesundheitsamt. War halt doof. Ja gut, dann hat er aber halt nicht auf sein Fax geguckt. Nein. Das Fax sagt ja, wenn es nicht ankommt. Das Fax war kaputt an der Gegenstelle und hat irgendwie die, keine Ahnung, Papier, Loop, was weiß ich. Auf jeden Fall. Er hat das bestimmt an die Telefonnummer und nicht an die Faxnummer geschickt. Wahrscheinlich. Andersrum ist das ja noch fieser, wenn du eine Faxnummer anrufst. Das tut so weh im Ohr. Aber ich wollte auch von meinem Arzt in Deutschland, den habe ich letztens angerufen, Madir, können Sie zu meinem Arzt in der Schweiz mal meine Patientendaten mailen? Die so, nee, wir können nicht mailen, aber per Fax können wir es schicken. Wow. Ja, das ist mit uns aber genauso. Also das hat nichts mit können zu tun, sondern mit dürfen. Ja, habe ich dann irgendwann auch gecheckt. Ich dachte natürlich erst, ah, okay, ein Fax ist es einfach rüber. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, wahrscheinlich ist Mail einfach nicht genehmigt. Das ist einfach nicht als sicher definiert, ob das sicher ist oder nicht, hat damit nichts zu tun. Ja, dementsprechend pauschal gilt ja auch jeglicher Mailverkehr in der Schweiz nicht als rechtsgültig. Du brauchst Briefverkehr, wenn du irgendwas rechtsgültig haben willst. Oder Fax. Oder Fax, Da steht im Gesetz, dass das geht. Und deshalb geht das. Ah, der Letterbox Activity Stream, der ist mir viel, da passiert viel zu viel in letzter Zeit. Ja, ist momentan voll krass. Ja. Ich habe da schon lange nichts mehr getan. Ja, aber viele andere Leute gucken viel. Ja, ist viel Zeit, ne? Ich habe keine Zeit. Ja, warum gehe ich, ich will das auch mal haben. Ich will auch mal in diesen Frustmoment kommen, wo ich sage, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich anfangen soll mit mir. Ich hänge die ganze Zeit nur rum und habe nichts zu tun. Jetzt muss ich anfangen, Chinesisch zu lernen. Ja, auch diese ganzen Leute, die sich jetzt irgendwelche Projekte suchen und irgendwie sich selbst verwirklichen. Ach. Diese Schweine. Ich bin ja nur neidisch. Ja, ich denke auch, ich habe am Anfang gedacht, boah, jetzt so viel Homeoffice und Zeit und so weiter. Ich werde das und das und das machen. Und ja, jetzt sitze ich seit einem Monat hier, arbeite, gucke abends eine Serie oder einen Film und gehe schlafen. Eigentlich hat sich nichts geändert. Also ich nehme mir ja gar nicht vor, irgendwas, irgendein großes Projekt zu starten, weil ich weiß ja auch, dass ich das sehr lange aushalten kann, nichts Sinnvolles zu tun. Aber ich komme nicht mal, ich komme nicht mal richtig dahin, nichts Sinnvolles zu tun zu haben. Willst du dann jetzt nochmal nach den Survivalen fragen? Und dann hast du die Antwort ja parat. Genau. Wie viele Überlebende gibt es denn eigentlich? 39.556. Das klang jetzt überhaupt nicht gestellt. Ich dachte, was ist das so? 39.000? Und los geht's. Überlebende Take 3. Genau, Überlebende Take 3. Jetzt müssen wir noch die Anzahl Überlebenden rausfinden. Ben, hast du die zufällig parat? Moment. 39.550. Sehr hoch. Danke. Da kommt der die hoch her. Vielleicht sollten wir erst nochmal die Überlebendenzahlen nennen. Tim, hast du die gerade parat? Take 4. Oh Gott, ich bin so froh, dass du meine Freunde rauskommst. Wir machen hier ein Stanley Kubrick-Movie. Take 458. Die Überlebenden. Alle liegen schon da auf Hände. Wie war nochmal die Zahl? 38.400. Keine Ahnung wie. Habe ich eigentlich schon mal 39.555, weil inzwischen ist einer gestorben. Habe ich schon lange gebraucht. Habe ich erzählt, dass bei The Shining, ähm, wie heißt denn der von The Shining? Verdammt. Ach, ich komm mal. Jack Nicholson. Ja, okay. Das Jack Nicholson hat die Tür immer mit dem ersten Schlag aufgehauen, mit dieser Axtszene, weil er bei der freiwilligen Feuerwehr war. Einfach wusste, wie man die Tür aufbaut. Und es war ihm leider unmöglich, seine Ausbildung für eine Filmszene zu ignorieren. Seine männliche Kraft zu bändigen. Ja, wir haben ihn wirklich in die Tür verstärkt. Genau. Aber die Frau hat doch psychische Trauma wirklich von dem Film davongetragen. Ja, Jack Nicholson hat dann auch gesagt, er würde nie wieder mit Stanley Kubrick einen Film drehen, weil er die Frau so gequält hat. Die ja auch wirklich wohl keine gute Schauspielerin war, aber trotzdem musste man sie ja nicht unbedingt so quälen, indem man sie 190 Mal eine Szene wiederholen lässt. Ben, wie viele Überlebende gibt's nochmal? Fick dich. Gut. Ich glaube, das haben viele Leute über Stanley Kubrick gesagt. Ja, kann sein. Und deswegen ist er jetzt auch tot. Als Jack Nicholson mit einer Axt zu ihm ins Zimmer kam. Die Tür nicht schlag. Genau. Das ist eine Schiebetür. So eine Papiertür. Wir müssen jetzt wieder in die Folge kommen. Wie Homer, wenn er im Knast in Japan ist. Ja, Wir müssen jetzt wieder in die Folge kommen. Wir müssen jetzt in dessa arada.